So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Super Mario Maker 1 Level per Day. Heute haben wir ein Level vom lieben, guten Grantu. Ihr kennt ihn vielleicht. Grantu, Granturio, Granturismo oder so. Und er sagt Achtung 2. Warum ich jetzt nicht Achtung 1 habe, keine Ahnung. 31,96% Abschlussrate. 70 von 99 Leuten haben es geschafft. 219 Versuche gab es. Ich bin ja mal neugierig. Ich werde der Nächste sein. Und ein Amerikaner hat den Rekord. Okay, wir haben andere Fühlenkarten, aber jetzt können wir die Nächste schaffen. Ah. Ernsthaft? War ich jetzt so blöd? So. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Ernsthaft? Nö, ne? Komm. Okay, er hat die Standard-Assets so wie das... Oh. Jetzt weiß ich vielleicht, was er mit Achtung meint. So. Ja. Und, wenn ich hier eine Wimper auf meiner Bange habe. Ähm. Kurzes, knappes Level. Wie das letzte Level. Aber, nichtsdestotrotz, wenn ihr auch so welche Level habt, dann ab damit in die Videokommentare. Facebook, Twitter sind eure Freunde. Dort findet ihr mich auch. Oder aber, kein Social Media, kein Garnix. Dann habt ihr in der Möglichkeit, in der Videobeschreibung einen Link zu finden. Diesen Link könnt ihr natürlich folgen. Dort findet ihr ein Formular. Und das könnt ihr ausfüllen. Und dann spiele ich euer Level. Also, deins, 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 deins. Also, eure Level. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einsendung. Und sage, ich bin euer Droh. Haut rein. Tschö, tschö.